Ende vom A1-Quergang. Äh, nein, A0, A0. Aber war wirklich human. So, heute Maugspitze. Ein Versuch an der Maugspitze. In der ersten Seillänge immerhin schon mal. Die dritte Seillänge, die Fünferlänge. Und die scheint schon ganz schön zur Sache zu gehen. Geht doch! Doppelfilm. Wups! Autsch! Gut! Glaubeer! So! Jetzt muss man mal wollen. Jetzt kommt das Wollwoll. Geiler Scheiß. Das ist auch gar nicht so wild, wie es aussieht. Aber das darf man nicht so laut sagen. Vor dem Berg. Gucken, ob ich so schnell bin wie die Zuchtrennschnecke. Okay. Puh, okay. Jetzt geht's zur Sache. Ja, zieh wir ins Loch. Ach. So, nach 10 Minuten hin und her, habe ich, oder mehr, ist das Wollwoll überwunden. Oh, da kommt es erst noch, wahrscheinlich. Who knows. Ich weiß, warte es noch gar nicht. Wollwoll. Man macht mir die Hosen. Oh Gott, Alba. Ei, ei, ei. Noch ein bisschen tief hoch. Ein bisschen. Here we go. Okay. So, das Wollwoll ist erledigt. Jetzt kann man auch wieder die Landschaft genießen. Hallback-Alarm. So, wir sind am Beginn der schweren Querung, pünktlich, zum Einbruch der Dunkelheit. Deswegen, schöne Aussicht, muss ich die GoPro jetzt gegen die Stirnlampe austauschen. Aber die Länge war der Hammer. So, und wenn sich jemand fragt, warum? Weil wir es können. Weil wir es uns so ausgesucht haben. Hallo. Notwärbung. Spaß. Hier ist ein Pickel dabei. Unser Schlafplatz wird erst mal verbreitert. Achso. Okay, guten Morgen. Wegplatz.